Hallo liebe Schüler, wir lernen heute die Deklination des bestimmten Artikels und des Attributes im Akkusativ. Also der Akkusativ ist heute unser Thema. Der bestimmte Artikel im Akkusativ lautet maskulin den, feminin die, neutrum das im Singular und die im Plural. Merken Sie sich bitte, nur der Akkusativ maskulin hat dieses N. Feminin, neutrum und plural sind gleich Beispiele. Der Wagen maskulin. Ich kaufe den neuen Wagen. Die Limousine feminin. Er kauft die schöne Limousine für 7000 Euro. Das Cabriolet, neutrum. Du verkaufst das alte Cabriolet für 5000 Euro. Ja, ist ein günstiger Preis, nicht wahr? So, plural die Autos. Die Leute kaufen die neuen Modelle der Firma Rider. Ja, eine ganz neue Autofirma. So, jetzt zu unserer Tabelle. Wir haben in der Tabelle wieder den bestimmten Artikel. Die Adjektivendung beim Attribut und das Substantiv im Akkusativ. Nehmen wir zum Beispiel das Verb kennen. Ja, etwas oder jemanden kennen. Dann kann ich sagen, ich kenne den jungen Autoverkäufer. Oder ich kenne, feminin, die neue Sekretärin. War meine Schulfreundin von mir. Oder neutrum. Ich kenne das exklusive schöne Büro des Chefs. Ich war schon mal drin. Plural. Wir kennen den, nein, plural. Wir kennen die sympathischen Mechaniker in der Werkstatt. Dankeschön.